Die Statistik spricht zu 100% für uns. Ich bin fast, fast zu zuversichtlich. Und ein Moinzen zum Vorbericht zum Spiele gegen den 1. FC Köln. Gegneranalyse fangen wir an für das Spiel am Samstag um 15.30 Uhr auswärts für unseren VfB. Und ja, die Kölner sind schon unten mit drin. Es ist eigentlich quasi ein Abstiegsduell, doof gesagt, weil für uns geht es immer noch darum, Punkte gegen den Abstieg zu sichern, Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Und die Kölner sind von Beginn an mit drin. Die sind von Beginn an mit unten von der Partie im Abstiegskampf, haben wirklich keinen guten Saisonstart hingelegt. Jetzt in letzter Zeit war ein bisschen besser, auch von der Leistung her ein bisschen besser geworden. War ein bisschen auf und ab, mal ein wichtiger Sieg gegen Bielefeld. Dann halt ein Pokal aus in Regensburg. Solche Geschichten. Nächste drei Spiele für die Kölner werden auch nicht unbedingt einfach. Zuerst kommen wir natürlich auswärts, dann müssen sie nach München und dann kommt Bremen. Sonst muss man gucken, die Kölner sind gerade genau auf dem Platz, den es in den letzten Jahren auch belegt haben. Denn die haben in den letzten drei Saisons, war erstmal Aufstieg, also 1. oder 2. Liga und dann 2. mal 14. Also die Kölner sind doof gesagt schon da unten dabei, wo sie auch nach den letzten Saisons hingehören. Wenn man es so formulieren kann. Kader muss man auch sagen, ist von den Kölnern wirklich in Ordnung. Wir treffen auf unseren Ex-Keeper und Zieler. Ob wir das Spiel da noch nicht, mal gucken. Tippe eher mal nicht. Sonst fehlt jetzt gerade Bornau hinten drin, wenn man es ausspricht. Hoffentlich verletzt vorne auch Verletzungen. Aber da haben sie zum Beispiel den Dennis ausgeliehen. Aus Belgien kam der, glaube ich, der ist, glaube ich, auch echt ein ordentlicher Mann. Max Mayer kam zum Beispiel. Also sie haben schon ganz gut zugelegt im Winter. Und wie gesagt, gerade haben sie ja auch so ein bisschen einen kleinen Aufwärtstrend. Kommen wir zum letzten direkten Duellen gegen Köln. Also wirklich nur die Partien Köln-Stuttgart auswärts für uns Stuttgarter. Und ihr wisst, ich bin ein kleiner Statistik-Freak, aber das stimmt 100% für uns. Letztes Mal haben wir in Köln verloren. Das war im Jahr 2000 hoch und runter. Du hattest mal zwei, drei Jahre Pause, weil wir mal abgestiegen, mal Köln abgestiegen. Deswegen sind die Abstände ein bisschen höher. Aber zum Beispiel 2015 war es ein 0-0. 2016, wissen vielleicht die meisten noch, war ein 3-1-Auswärtssieg. Und dann 2018 wissen noch mehr Leute wahrscheinlich, weil es noch aktueller ist, ein 3-2-Auswärtssieg unter Korkut damals. Also die Statistik spricht zu 100% für uns. Und dann kommen wir zur Tabellensituation. Da kann es sein, dass ich ein bisschen mehr ablesen muss. Aber gerade sind wir auf dem 10., wie ihr alle wissen. Und Köln auf dem 14. Also uns trennen vier Plätze. Uns trennen aber tatsächlich fünf Punkte. Und auch das Torverhältnis ist ein riesen Unterschied. Wir stehen ja bei positiven Dreitonen und Köln bei minus 15. Zum Relegationsplatz, was ja das Wichtigste ist wahrscheinlich für Köln und uns in Sachen Nicht-Abstieg. Auch wenn Relegationen, wir wissen, heißt nicht, dass man nicht absteigt. Aber die direkten Abstiegsränge sollten erstmal als Primärziel, soweit es geht, von denen wegbleiben. Und da haben wir acht Punkte auf dem Relegationsplatz und Köln drei. Also für Köln sind die Punkte noch, noch wichtiger. Wir haben zwölf Punkte vor dem 17. Platz, wenn wir wieder auf die direkten Abstiegsplätze gehen. Und Köln hat da sieben Punkte Abstand. Und in der Heimtabelle, die Kölner auf Platz 17, die sind noch schlechter zu Hause als wir. Wir sind ja weiterhin auf der Ausschnittstabelle richtig stark. Sind von unserem ersten Platz ein bisschen runtergerutscht. Sind da jetzt mittlerweile Vierter. Und Rückrundtabelle ist recht vergleichbar, beziehungsweise wir schlechter. Wir sind 13. in der Rückrundtabelle bisher und die Kölner Siebter. Für beide Seiten recht richtungsweisendes Spiel. Ich habe es ja schon oft gesagt, solche Spiele darfst du zumindest mal nicht verlieren, um wirklich 100% sicher zu sein, dass du nicht unten reinrutscht. Weil wenn die Kölner jetzt gewinnen, sind sie natürlich wieder näher dran. Und wir wieder quasi andersrum näher dran, nämlich in Richtung runter. Oder wenn die Kölner verlieren, bleiben sie halt voll mit drin und wir können es weiter absetzen. Dann kommen wir zum Startelf-Tipp. Auch immer ganz schwierig. Ich habe es mal mit diesem netten meine-aufstellung.de-Ding gemacht. Und das mal so hingezogen, quasi die Leute so hingeschoben, wie es beim Kick auch immer aussieht von der Aufstellung her. Allzu viel wird sich wahrscheinlich nicht verändern. Aber vorhin war auch die PK. Da konnte man ein bisschen lesen auf Twitter vom VfB. Vermutlich wird Castro wieder spielen, genauso wie Kempf. Dann die Frage, wer geht dafür raus? Ich tippe mal stark, dass Karas so rausgeht. Hat jetzt kein schlechtes Spiel gemacht, aber hat auch kein gutes. Auch die schlechteste Bewertung beim Kicker bekommen aus der ganzen Abwehrkette hinten. Und dann ist halt die große Frage, wen nimmt er raus für Castro? Also natürlich für mich, ihr wisst, lieber Förster raus. Deswegen bin ich auch mit dem Tipp gegangen, dass er Tommy drin lässt und Castro für Förster bringt. Kann mir aber gut vorstellen, weil er halt einen Förster so gern hat, so wie es wirkt, dass halt Tommy gehen muss für Castro. Oder wir sehen, was ich aber gerade auch eigentlich nicht sehe, oder wir sehen halt wirklich was anderes und wir sehen wieder Klimovic in der Startelf. Was ich aber so irgendwie auch nicht ganz sehe. Deswegen seht ihr das so, wie die Elf jetzt hier aussieht. Hat sich, wie gesagt, nicht viel verändert. Und denkt mal so, in etwa gegenüber gegen Köln ins Spiel. Ich glaube, so komplett falsch liegt und damit nicht. Werde man am Samstag sehen, so eine Stunde vor Spielbeginn, wie viel von den Elf Leuten wir jetzt da richtig hatten. Und dann kommen wir schon zur Prognose, wo ihr natürlich auch sehr gerne in die Kommentare schreiben könnt, was ihr so denkt, auch ein bisschen ausführlicher. Und dann auch, wie es schon viele tun, also sehr, sehr geil immer, auch beim Community-Beitrag, den ich dazu posten werde, da auch gerne wieder abstimmen, Sieg, Niederlage, Unschieden. Ich packe noch kurz ein paar Infos dazu rein, denn Sasa und Silas sind tatsächlich mittlerweile bei zusammen 20 Saisontoren, was komplett krank ist. Und was wir auch schon gemerkt haben und was einfach klappt, vor allem Sasa als Joker, wir haben tatsächlich den Top-Wert in der Liga. 9 Tore und 8 Assists durch Einwechselspieler. Also sehr, sehr stark. Und auch bevor ich meine Prognose hier gebe, wähnt uns der Horst Heldt, war ja auch bei uns lange auf Posten beim VfB, wähnt uns tatsächlich auf Augenhöhe aktuell, wo er ja rein nach der Rückrundenform auch nicht komplett falsch liegt. Und dann kommen wir zur Prognose, es wird, ja, wir hatten auch schon im Hinspiel 1 zu 1, was auch nicht wirklich besonders toll anzusehen war. Deswegen, das wird wieder quasi für uns ein Zweitligaspiel in der 1. Liga und die taten uns bisher nicht gut. Das waren Spiele wie Schalke, wie Köln oder auch Mainz. Meine Hoffnung ist es einfach wirklich ein Spiel wie Mainz, was man nicht schön ansehen kann, aber was wenigstens gewonnen wird. Deswegen geht da mein Tipp so in die Richtung. Wird nicht geil das Spiel, glaube ich irgendwie nicht, aber letztlich direkte Duelle, Gegner, Tabellensituation, das ist, ich bin mir irgendwie, ich bin fast, fast zu zuversichtlich in Richtung von diesem Spiel. Irgendwie bin ich seit Wochen mir sicher, dass wir in Köln gewinnen. Dafür habe ich umso mehr Angst um einen möglichen Heimsieg nächste Woche gegen Schalke. Irgendwie bin ich bei Köln sehr, sehr sicher. Deswegen gehe ich mit dem Tipp auch durch und tipp da mal auf ein 1 zu 3 für uns auswärts, wie auch schon in 2018. Rein von Statistiken her, Tabellensituation und so weiter, und vor allem Auswärtsleistungen von uns passt das gut zusammen. Deswegen ist mein Tipp ein Sieg oder halt noch detaillierter als 1 zu 3. Lasst mich gerne wissen, was ihr glaubt, was im Spiel passiert, was ihr generell von diesem, das ist ja kein neues Format, was ihr von dem Format haltet, von den Kategorien haltet und so weiter und so fort. Und dann würde ich sagen, hoffen wir auf ein gutes Spiel am Samstag, natürlich auf ein erfolgreiches Spiel, weil wir müssen natürlich achten, habe ich ja schon gesagt, ist ja bisher alles so wie von mir erhofft, beziehungsweise ein bisschen auch prognostiziert. Wir holen gegen Berlin einen Punkt. Ja, der war auch nicht ganz nötig, hätte es auch gewinnen können, aber holst ihn gegen Berlin einen Punkt und gewinnst dann bitte Köln und Schalke. Den Weg können wir gerne weitergehen. Sonst, wie gesagt, das sind wirklich richtungsweisende Spiele. Wir würden auch nicht komplett reinrutschen, aber wenn du jetzt wirklich Köln und Schalke beides verlierst, wofür ich gerade keine Ansatzpunkte sehe, aber wenn du wirklich beides verlierst, dann bist du wirklich wieder tief mit unten drin. Das muss man verhindern. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020